Servus und ganz gut, hier ist wieder der Günther von CDBike. Unsere heutige Tour führt uns vom Olympiapark über den Lüttböckpark zum Bayerner Münchner Freiheits, der Bayerner Herr Schau bis zum Amorster. Die 10 Kilometer fahren wir ungefähr in 40 Minuten, 45 Minuten sowas. Wie immer natürlich über verkehrsberuhigte Straßen, über Parkanlagen, über Radlwege natürlich. Also wie gehabt für Familien sehr gut geeignet. Dann viel Spaß beim Nachfahren und würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Touren dabei seid und ihr vor allem den Kanal abonniert. Danke, Servus. Wir haben jetzt vom Olympiapark über den Lüttböckpark, über Münchner Freiheit, den Englischen Garten noch durchgefahren, vorbei an der Herr Schau, ein bisschen über 10 Kilometer hin zurückgelegt. Hier endet unsere CDBike Tour. Servus und alles gut.